wo ich das einfach nicht verstanden habe, ja, die Freunde, die haben alle mittlerweile einen guten Job gehabt, haben studiert und ich konnte jetzt die eine Sache, für die ich immer gelebt habe, für die ich alles gegeben habe, konnte ich jetzt nicht mehr machen und das Ding bricht auf einmal weg. Herzlich willkommen zu unserem neuen Format hier auf dem Christusbund-Podcast. Willkommen zu Kurzweilig. Hier bin ich mit verschiedenen Gästen im Gespräch über ihr Lebenszeugnis, über Glaubensthemen oder wir schauen uns konkrete Bibelabschnitte genauer an. Mein Name ist Simon Hammerleger und in der ersten Folge spreche ich mit Manuel Bühler. Manu ist ehemaliger Fußballprofi und in dem ersten Teil unserer Folge mit ihm reden wir über seinen Start ins Profifußballgeschäft, einem Sportlergottesdienst mit C. Roberto und warum es in manchen Situationen Gottes Führung sein kann, ein Schwabe zu sein. Jetzt aber ganz viel Freude beim Hören. Manu, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, Simon. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Du bist ehemaliger Fußballprofi. Du hast bei 1860 München und beim 1. FC Nürnberg gespielt und bekanntlich hat Nürnberg eine Fanfreundschaft mit dem FC Schalke und du hast mal gesagt, dass du Schalke-Fan bist. Bist du es immer noch? Ja, jetzt im Moment rede ich da nicht mehr so gern drüber. Ja, bei Schalke läuft es gerade nicht so gut, bekanntlich. Und ich hoffe natürlich, dass sie in der 1. Liga bleiben. Aber es schaut von Spiel zu Spiel auch irgendwie schlechter aus. Dennoch muss ich sagen, dass ich Schalke mag, immer noch. Sympathie für Schalke habe, aber nicht mehr so dieser große Fan bin wie früher. Also da hat sich die Perspektive schon ein bisschen verändert im Laufe der Zeit. Also es bestimmt mein Leben jetzt nicht mehr positiv oder negativ, wie es jetzt bei Schalke eben gerade läuft. Das ist ganz gut so. Ich glaube auch. Absolut. In dem momentanen Zustand auf jeden Fall. Ich habe hier eine Sportlerbibel vor mir liegen von Sportler ruft Sportler mit Beiträgen von Profisportlern. Und auch du hast da etwas über deinen Glauben geschrieben. Und du hast unter anderem geschrieben, mir wurde bewusst, dass es nicht darum ging, religiös zu sein oder bestimmte fromme Rituale einzuhalten, sondern dass Jesus Interesse an mir persönlich hat. Das heißt, es gab eine Zeit in deinem Leben, da war dir das noch nicht klar. Da hast du vielleicht ein falsches Bild übers Christsein gehabt. Und irgendwann wurde es dir bewusst. Nimm uns mal kurz in deine Geschichte mit hinein. Wie du zum Fußball gekommen bist, aber auch dann hinführend, wann dir das bewusst wurde mit Jesus und wie vor allem. Ja, also ich hatte, muss ich dazu sagen, von klein auf immer den großen Traum, Profifußballer zu werden. Ja, ich habe immer gedacht, wenn ich Fußballprofi werde, dann habe ich alles, was man so zum Leben braucht. Bekanntlich verdienen Fußballer unglaublich viel Geld. Dazu kommt so die Anerkennung, das Berühmtsein, was diesen Sport für mich unglaublich attraktiv gemacht hat. Dazu auch der Spaß, den ich da dran hatte. Und dementsprechend, ja, habe ich viel dafür gegeben, um diesem Traum irgendwie nachzugehen und Profifußballer zu werden. Ich habe immer gedacht, wenn ich mal Profi bin, dann bin ich glücklich. Dann habe ich alles, was ich zum Leben brauche. Und parallel dazu bin ich zwar in einem Umfeld groß geworden, wo ich immer wieder auch mit dem christlichen Glauben konfrontiert wurde. Meine Eltern sind gläubig. Ich war irgendwie in so einem christlich-sozialen Umfeld verwurzelt, in einer Jungschar-Gruppe von klein auf gewesen, habe mich später auch konformieren lassen, habe es aber ehrlicherweise nur gemacht, weil es jeder gemacht hat, weil es meine Eltern wollten und weil man gutes Taschengeld bekommt. Nicht, weil ich jetzt wirklich herausfinden wollte, ob da was dahinter steckt. So, ich kannte dieses christliche Leben. Es war für mich aber irgendwie unattraktiv, im Vergleich zu dem, wo ich mir das Leben von erhofft habe, nämlich von Fußballspielen. Ich konnte mit der Kirche nicht so viel anfangen. Ich bin immer nur im Gottesdienst gesessen, damit meine Eltern oder der Pfarrer wieder für eine Woche zufrieden waren, sozusagen. Ich habe immer auf die Uhr geschaut, gehofft, dass es schnell vorbei ist. Und das war mehr oder weniger meine Jugendzeit. Und später, als ich dann zum 1. FC Nürnberg gewechselt bin, mit 16 Jahren, da war dann dieses Thema Glaube auch komplett erledigt, weil dieses Umfeld, wo davor ab und zu mal Berührungspunkte mit Kirche, mit Glaube da waren, das war nicht mehr gegeben. Also auch folglich kein Bibel lesen, kein Beten mehr, weil es eben nichts aus meinem eigenen Herzen war damals. Und genau, ich... Also als du dann gewechselt bist, jetzt um es gerade aufzugreifen, hast du das Gefühl gehabt, also unterbewusst, dass dir dann doch irgendwie was gefehlt hat? Also jetzt im Nachhinein vor allem. Ja, damals, weiß ich nicht, warst du vielleicht froh, auch aus diesem Umfeld rauszukommen? Aber war das vielleicht für dich eher sowas, wo du sagst, eigentlich fehlt mir was? Also in Bezug auf den Glauben eher nicht familiär schon. Also ich bin sehr behütet aufgewachsen, ich war gut verwurzelt auch in meinem Umfeld, war auch sehr, sehr gerne und auch, wenn ich die Möglichkeit hatte, oft dann auch als Fußballer in Nürnberg, oft auf Heimatbesuch. Aber in Bezug auf den Glauben würde ich sagen, hat mir nicht so wirklich was gefehlt, weil ich das auch selber noch nicht erlebt oder geschmeckt habe, dass Jesus Interesse an mir persönlich hat. Es war eher so mit Regeln versehen und ich wusste selber noch nicht so aus voller Überzeugung, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Ich habe schon irgendwie gedacht, ja, es muss einen Gott geben. Das war mir irgendwie immer klar in gewisser Hinsicht. Ich habe das für wahrgehalten. Wenn man einen Sternenhimmel anschaut, einen Sonnenuntergang, dann hat es für mich Sinn ergeben, dass da irgendjemand dahinter steckt, der das gemacht hat. Aber es hat einfach keinen persönlichen Bezug in meinem Leben zu mir gehabt. Und dementsprechend, ja, habe ich damals in religiöser oder in Glaubenshinsicht habe ich nichts vermisst. Dann warst du mit 16 bei Nürnberg. Großer Verein. Ja, ich weiß nicht, was ging dir da natürlich in den Kopf, als du da gelandet bist, sage ich mal, das erste Mal? Weißt du das noch? Ja, das war eine Riesensache für mich. Ich habe verschiedene Angebote bekommen. Ich habe ja bis dahin beim SSV Reutlingen noch gespielt. Und bei Reutlingen hat es dann angefangen, über die württembergische Auswahl, in die ich reingerutscht bin, mit 16 Jahren, dass verschiedene Bundesliga-Klubs bei mir angefangen haben, anzurufen. Da bist du dann so auf dem Präsentierteller und dann war da TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, 60 München, Nürnberg, Karlsruhe, Freiburg. Ich konnte mir mit 16 mehr oder weniger aussuchen, wo ich hinwechseln möchte. Und habe mich dann für den 1. FC Nürnberg entschieden. Die haben viel Werbung um mich betrieben. Und dazu kam, dass ein ehemaliger Mitspieler von mir, der Marvin Plattenhardt, der jetzt bei Hertha BSC Berlin auch spielt, recht früh bei Nürnberg zugesagt hat. Und so war das für mich damals ja ein leichterer Schritt dann auch von zu Hause weg. Mit 16, was ja doch auch recht früh ist, zu Nürnberg zu gehen, mit ihm dann zusammen, mit jemandem, den ich schon kenne. Und die ersten Tage dort waren schon gewaltig. Auf der einen Seite war es auch eine herausfordernde Zeit, da irgendwie Fuß zu fassen. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Traum, bei so einem großen Club dann irgendwo auch, den man von klein auf aus dem Fernsehen kennt, dann spielen zu dürfen. War die Zeit in Nürnberg dann die Zeit, wo dir laut deinem Zitat das Entscheidende bewusst wurde? Oder wann kam das? Kann man so sagen. Also ich habe erst mal dort zwei Jahre Fußball gespielt und habe auch alles dafür gegeben, Profi zu werden. Und der Glaube, wie ich es vorher schon gesagt habe, der hat keine Rolle mehr dabei gespielt, außer wenn ich vielleicht mal auf Heimaturlaub war. Kein Bibel lesen, kein Beten, keine Gottesdienste. Und dann gab es irgendwann aber eine Begegnung mit einem Mann, einem Sportmissionar oder Sportmentor von der christlichen Sportorganisation SRS, Sportler ruft Sportler, die mein Leben dahingehend grundlegend verändert hat. Und wie weit? Was ist passiert? Ich wurde nach einem Fußballspiel von diesem Mann angesprochen und er hat gesagt, dass er von dieser christlichen Organisation kommt und gerne mit mir mal so über die Themen Profifußball und Glaube sprechen würde. Und ich war ja auch nicht ganz abgeneigt. Hab dann gedacht, ja, ich lass mich da so ein bisschen drauf ein. Natürlich war ich im ersten Moment etwas überrascht, weil das nicht so oft vorkommt, dass nach einem Fußballspiel mit dir jemand über ein Glauben reden möchte, ja, da will jemand noch irgendwie Smalltalk oder mal auch ein Foto oder ein Autogramm oder so. Aber dass jemand mit dir über Gott reden möchte, das hab ich bis dahin noch nicht erlebt. Aber da ich nicht ganz abgeneigt war, hab ich mich drauf eingelassen. Das kam dann dazu, dass er mich zum Abendessen eingeladen hat und ich als Schwabe konnte es natürlich erstmal nicht ablehnen. Aber das war nicht der einzige Grund, sondern ein weiterer Grund war, dass ich SRS schon mal aus einer Kickerbibel gehört habe, weil SRS ja, wie du vorher auch schon erwähnt hast, so Sportlerbibeln oder so Kickerbibeln mit rausbringt. Und meine Mutter hat früher immer beim Essen aus so einer Kickerbibel vorgelesen, weil sie gedacht hat, okay, wenn sie mir von Jesus erzählt, dann interessiert es den überhaupt gar nicht. Aber wenn die Fußballer, die der so cool findet, wenn die erzählen, warum es für sie mehr gibt als nur Berühmtsein, Geld, Anerkennung, warum der Glaube an Jesus für sie wichtig ist, dann hört er vielleicht zu. Und so war es dann auch. So habe ich schon mal von SRS gehört gehabt und bin dann eben zu diesem Abendessen mitgegangen. Ja, und die Botschaft, die der mir an dem Abend erzählt hat, die war nichts Neues. So die Grundlagen vom christlichen Glauben, ja, dass es einen Gott gibt, der mich liebt, der mich geschaffen hat, der einen Plan für mein Leben hat und dass Jesus in diese Welt gekommen ist und für meine Fehler, für all das, wo ich nicht in Liebe gegenüber meinem Nächsten und vor allem auch Gott gegenüber lebe und es war eine Menge in meinem Leben, um dafür am Kreuz zu sterben und aufzuerstehen und dass ich durch Glauben an ihn ewiges Leben bekommen kann. Man hat es halt in Bezug auf den Sport so mir erzählt und auch, was er für ein Anliegen hat für Profifußballer oder allgemein auch für Jugendfußballer, die auf dem Weg dorthin sind und die Botschaft, die mir früher immer auf der einen Seite reingegangen ist und auf der anderen Seite wieder raus, die hat mich an dem Abend ziemlich im Herzen berührt und ich habe gemerkt, okay, ich bin persönlich gemeint, wenn Jesus wirklich der ist, der von sich behauptet hat zu sein, dann gibt es keine wichtigere Entscheidung, die ich in meinem Leben treffen kann und das hat irgendwie eine Neugierde ausgelöst, ein Suchen ausgelöst in mir, das mir keine Ruhe mehr gegeben hat und ich bin an diesem Abend dann nach Hause gekommen, dass ich diese Frage so präsent hatte, wer dieser Jesus war, dass ich das für mich klären möchte und ich bin auf meine Knie gegangen, der Zimmerkollege, der Marvin, der war nicht zu Hause an dem Abend und so hatte ich ein bisschen Ruhe und habe einfach was gemacht, was ich davor lange nicht gemacht habe, einfach mal ein Gebet gesprochen, das kannte ich noch so von früher und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, wenn du existierst, dann komm in mein Leben, dann möchte ich dich auch kennenlernen und Gott hat dieses Gebet tatsächlich erhört und zwar dahingehend, dass ich auf einmal eine riesen Sehnsucht hatte, zum Beispiel in der Bibel zu lesen oder mehr über Gott zu erfahren. Das kannte ich nicht in meiner Jugend. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen erzählt, ich wurde viel mit der Bibel auch konfrontiert, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, nicht nur, weil ich Lesen gehasst habe, würde ich mal sagen, sondern auch, weil ich in diesem Buch nichts so Spannendes über das hinaus, was ich eh gehört habe, irgendwie vermutet habe, war es an dem Abend aber so, dass eine riesen Sehnsucht auf einmal da war. Ich sage immer so ein bisschen bildlich, wie ein Vorhang, der vor dem Fenster ist, wo dir jemand sagt, schau auf diesen Vorhang und du guckst da hin und denkst dir nach ein paar Sekunden, das ist uninteressant, das war für mich früher Bibel lesen, Glaube, Beten und an dem Abend war es so, als würde dieser Vorhang nach oben gezogen werden und auf einmal siehst du dahinter so eine Realität, die du vorher nicht wahrgenommen hast, die auf einmal für dich greifbar wird und das war an diesem Abend der Fall und ich habe auf einmal angefangen, eine Bibel zu lesen, auch wie die anderen Sportler, die in dieser Kicker-Bibel drin sind, die ich da auch geschenkt bekommen habe, wie die zum Glauben gefunden haben und das war immer die schönste Zeit für mich am Abend, vom ganzen Tag, einfach nur die 20 Minuten, eine halbe Stunde mit Jesus zu sein und in dieser Zeit, da ist dann was ganz, ganz Spannendes passiert. Ja, nachdem ich da viel auch Fragen bekommen habe und mit diesem Sportmentor weiter im Austausch war, hat er mir irgendwann eine Einladung mitgegeben, zu einem Sportler-Gottesdienst zu gehen und dieser Sportler-Gottesdienst, der hat nochmal so eine richtige, ja, Bombe platzen lassen in meinem Leben in Bezug auf den Glauben, weil mein Kindheitsidol, Sir Roberto, ja, brasilianischer Nationalspieler, kennst du auch noch, von Bayern München, Real Madrid, Real Madrid, Bayer Leverkusen, der der Prediger an diesem Abend war und ich bin ja gerade so bei Nürnberg bei den Profis die ersten Male dann dabei gewesen und habe dann diese Einladung bekommen und habe gedacht, cool, jetzt bin ich endlich so in den Kreisen unterwegs, wo ich ja immer hin wollte und habe noch gehört, dass der Spieler von Schalke, ja, Schalke damals, ja, um das aufzugreifen, Champions League gespielt, und von Dortmund sind und ich war sehr, sehr gespannt, bin da natürlich mitgefahren, ja, ich weiß noch, die dicken Autos vor der Tür in so einer Hotellobby, ja, irgendwo in der Nähe von Köln und war schon irgendwo aufregend und ich war aber echt wirklich gespannt in erster Linie, was da jetzt so passiert und dann die ganzen Fußballer, die ich nur aus dem Fernseher kannte, die da mit dabei waren und Sir Roberto, der steht irgendwann auf und hält die Predigt und was machst du, wenn jetzt so dein Kindheitsidol auf einmal vor dir steht, ja, du hörst ganz genau zu und dann hat Sir Roberto angefangen, diese Fußballer anzuschauen, zu denen zu sagen, Leute, ihr könnt euch alles leisten, was ihr wollt, ihr könnt euch jeden Wunsch erfüllen, ihr könnt jedes Vergnügen, jeden Spaß, den diese Welt anbietet, irgendwo haben, euch sind materiell keine Grenzen gesetzt, aber seid ihr wirklich glücklich und ich habe immer gedacht, wenn ich mal so bin wie Sir Roberto, Fußballprofi, mit all dem, was dazugehört, dann bin ich glücklich. Dann hat Sir Roberto gesagt, ihr dürft nicht vergessen, dass ihr genauso nackt, wie ihr in die Welt gekommen seid, ihr habt nichts mitgebracht als Kinder, genauso müsst ihr eines Tages auch wieder gehen und die große Frage ist, was bleibt dann am Ende noch von eurem Leben übrig? Und dann hat er Jesus zitiert. Jesus, der mal gesagt hat, ja, Matthäus 16, 26, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber am Ende seine Seele verloren geht? Sinngemäß, was bringt es dir, wenn du all deine Ziele erreichst, wenn du so erfolgreich bist, wie nur geht, jedes Vergnügen, jeden Spaß mitnimmst, materiell, alles, was dein Herz begehrt, irgendwie bekommst, aber dann am Ende merkst, dass du leer dastehst, dass du nichts mitnehmen kannst und dass du an dem eigentlich Wichtigen im Leben, der Beziehung zu Jesus, zu demjenigen, der allein dafür sorgen kann, dass deine Seele nicht verloren geht, an dem vorbeigelebt hast, was bringt es dir? Das heißt nicht, dass diese Dinge alle schlecht sein müssen, aber wenn man allein auf diesen Dingen baut, dann ist das ein sehr, sehr wackeliges Fundament und das habe ich dort rausgehört und hat mich erstmal natürlich sehr überrascht, hat mich aber auch sehr zum Nachdenken gebracht und in dieser Zeit, auch durch die Gespräche drumherum, habe ich dann mein Leben Jesus gegeben, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, echter Reichtum ist was anderes, wie ich es immer definiert habe und echter Reichtum ist in Jesus und im Glauben zu finden, in dem, was er mir schenkt und ihn zu haben, das ist wirklich, wirklich Gewinn im Leben. Profis seien hin oder her, hat Privilegien, hat auch Herausforderungen, aber an dem Abend ist mir das wirklich so deutlich geworden, dass ich mein Leben auf diesem festen Fundament, nämlich auf dem, was Jesus mir schenkt, aufbauen möchte und dementsprechend hat C. Roberto, ja mein Kindheitsidol, den ich immer aus dem Fernseher kannte und bewundert habe, da doch auch irgendwie eine zentrale, wichtige Rolle gespielt wie Gott ihn gebraucht hat, um mich auch dann zu sich zu ziehen. Ganz schön, wie du gesagt hast, dass alles, was so drumherum auch passiert ist, also Gespräche, es ist interessant, wie Jesus dann durch so vieles wirkt, durch so eine Verkündigung und dann durch Gespräche und durch Austausch und so. Für dich muss es ja schon auch sowas gewesen sein, dass, wie du gerade gesagt hast, wenn so ein altes Fundament ja komplett kaputt geht oder wo du bereit warst, das wirklich loszulassen, ist dir leicht gefallen? Also hast du wirklich gemerkt, das neue Fundament ist das Entscheidende. Ich kann wirklich diesen einen Traum an erster Stelle, der bisher an erster Stelle war, den kann ich hinter mir lassen. Oder war das so ein Kampf, wo du gemerkt hast, so ein Prozess, der so über die Jahre ging oder wie war es eigentlich für dich vollkommen klar? Jetzt gibt es für mich nur noch Einnahmen. Also ich glaube, dieses Ringen, dass Jesus die Nummer eins im Leben bleibt, das ist ein Thema, was einen das ganze Leben auch als Christ irgendwo beschäftigt. Absolut. Damals war es auf jeden Fall so, dass mir klar geworden ist, Jesus lebt und er hat Interesse an mir persönlich. Und ich war sozusagen fällig. Es hat mich so in meinem Herzen bewegt, dass ich einfach eine Sehnsucht nach ihm hatte, dass ich gemerkt habe, das ist das, was ich in meinem Leben eigentlich gesucht habe. Und was mir der Fußball nicht geben konnte, was mir auch die Gesellschaft irgendwo nicht geben konnte, selbst ein behütetes Umfeld als Kind, was mir das nicht geben konnte. Und diese bedingungslose Liebe, die Jesus da auch am Kreuz für mich erwiesen hat und die für mich persönlich gilt, das war schon was, wo irgendwo mich an diesem Abend oder auch allgemein in dieser Zeit so bewegt hat, dass ich dann gesagt habe, ich will den Schritt jetzt einfach gehen. Du warst, jetzt, ich glaube, letztes Jahr war das bei ERF Talkwerk zu Gast und da hast du gesagt, dass du eine sehr, sehr schlechte Erfahrung aus der Nürnbergzeit hast. War das etwas, was dann relativ bald kam dann, weil das war ja dann ein ziemliches Tief so ein bisschen. Nimm uns da ein bisschen mit hinein, was du da erlebt hast. Ja, also klar, das war eine Erinnerung, auf die du jetzt anspielst in einem Freundschaftsspiel, die ich bei den Profis bei Nürnberg machen durfte, die nicht so schön war. Ich habe natürlich damit auch länger zu ringen gehabt. Das war der Fall, dass ich bei Nürnberg ja nach einem längeren Weg irgendwann die Gelegenheit bekommen habe, bei den Profis auch mitzutrainieren und praktisch auf Bundesliga-Bühne mit den Spielern, die ich nur aus dem Fernseher kannte, auch auf dem Platz zu stehen. Hättest du Marek Minthal und Schäfer und so? Ja, genau. Andi Wolf, Pinola, genau. Also ein paar gestandene Bundesliga-Profis auch und ich durfte da eben mittrainieren. Mich natürlich erst mal riesig gefreut. Ja, der Traum. Ich weiß noch, wie ich zu meiner Mutter damals gesagt habe, Mama, jetzt kann ich aufhören, jetzt habe ich einmal mit einer Bundesliga-Mannschaft trainiert. Und das war schon auf der einen Seite ein riesen Highlight, auf der anderen Seite auch eine große Herausforderung, weil ich gemerkt habe, auch was für ein Niveau da herrscht. Also Bundesliga, das ist schon wirklich ein Top-Niveau. Das habe ich dann auch zu spüren bekommen und zwar damals vielleicht mit 18 auch noch ein bisschen früh. Ich habe schon am Anfang reinkämpfen müssen, dass ich da so über Wasser bleibe und am Ende von der ersten Trainingswoche gab es dann ein Testspiel gegen einen tschechischen Erstligisten und ich habe dort meine ersten Minuten dann mit der Profimannschaft bekommen, habe da 20 Minuten auch richtig gut gespielt, habe gedacht, es läuft jetzt einigermaßen. Dann kam der eine Moment, der nicht passieren sollte. Ich habe einen riesen Bock geschossen. Ich habe einen Pass bekommen, ja als defensiver Mittelfeldspieler, wollte ihn zum Torwart zurückspielen und ich habe schon gemerkt, als der Ball so meinen Fuß verlassen hat, dass das jetzt eine enge Kiste wird. Torwart noch kurz gezuckt, wieder ins Tor und der Ball direkt halt dem Stürmer in die Füße. Der war alleine vor dem Torwart und hat ihn reingeschossen. Und dann stand ich natürlich erst mal da, habe mich umgeschaut und gehofft, dass es niemand gesehen hat, aber alle Augen auf mich gerichtet und ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. So ein Pass, den du eigentlich tausendmal spielst und der immer funktioniert, der geht jetzt so in den Moment, wo er nicht schief gehen darf, geht er komplett schief. Und im Fußball ist halt so, du musst leisten. Wenn du nicht leistest, dann bist du auch mal ganz schnell außen vor. Und das habe ich dann da auch zu spüren bekommen, weil die Trainer mich danach hergeholt haben und gesagt haben, ja, bei den Profis erst mal keine Perspektive mehr und die nächsten Talente sind an mir vorbeigezogen, sozusagen. Ich wurde wieder zur zweiten Mannschaft zurückgestuft und am Ende von der Saison habe ich dann keinen neuen Vertrag mehr bekommen, eben aus diesem Grund, weil man mir die Perspektive bei den Profis, zumindest unter dem Trainerteam, nicht zugetraut hat. Und das war dann das erste Mal so, dass ein ordentlicher Bruch dann auch reingekommen ist, so in die noch junge Karriere, mit dem ich irgendwie klarkommen musste. Ich habe das in der Jugend oft erlebt, dass ich so der Beste war, dass dann eine Zeitung über dich schreibt, dass dann du in aller Munde bist, dass du verschiedene Angebote von Bundesliga-Vereinen hast und dann auch irgendwie diesen Weg dann gehst. Und jetzt war es aber das erste Mal, dass so ein richtiger herber Dämpfer kam, so ein richtiger Rückschlag. Und genau, das war damals eine Erfahrung, die mich schon auch geprägt hat. Und ja, wo ich irgendwie lernen musste, auch damit umzugehen, mit dem Druck und mit all dem, was auch damit in Verbindung steht. Wie ging es dir dann in Bezug auf deinen Glauben und diese Erfahrung? Es kamen ja noch weitere Erfahrungen dazu. Vielleicht kannst du uns gleich da ein bisschen mit hineinnehmen in deine auch Verletzungsserie. Geht es einem mental ja wirklich schlecht? Wie ging es dir jetzt dann mit diesem Glauben, den du ja so neu dazugewonnen hattest und so eine Hoffnung, die ja nicht von dieser Welt war? Und auf einmal aber solche Täler zu erleben. Ja, also das Gute war ja auf der einen Seite, dass sich meine Perspektive auf den Profisport auch ein bisschen verändert hat und dass ich durch den Glauben auch das Ganze in einem anderen Licht sehen konnte. Nichtsdestotrotz ist es für dich als Sportler natürlich schwierig und auch mit viel Frust verbunden. Das muss man auch irgendwo dann lernen, den Mund abwischen und irgendwie gucken, dass man weitermacht, dass man aufsteht, dass man nach vorne schaut. Und das habe ich auch versucht natürlich zu machen. Aber natürlich hat mir der Glaube da schon auch geholfen, einfach zu wissen, dass Gott bei mir ist, dass ich ihm die Dinge auch abgeben darf, dass ich nicht alleine durch diese Prozesse durchgehe. Weil wenn du so einen Fehler machst, dann fühlst du dich manchmal ganz schön alleine, zumindest dann auf dem Feld. Und das war mir dann schon auch eine große Hilfe, einfach zu wissen, dass Jesus bei mir ist, dass ich wie einem besten Freund ihm alles hinlegen darf, dass er mich versteht, dass er auch die Kontrolle über die Umstände hat. Und das war etwas, wo mir irgendwie geholfen hat, auch trotzdem Frieden zu haben. Und es kam dann ja recht schnell, dass ich zum besten Verein der Welt dann nach München gewechselt bin. Ja, zum TSV 1860 München natürlich. Und auch das hat natürlich dann wieder neue Perspektiven eröffnet. Also ein ehemaliger Trainer ist dann dorthin gewechselt zu den Profis als Co-Trainer. Und zu dem hatte ich einen guten Draht. Und dadurch ist diese Möglichkeit aufgegangen. Und dann hatte ich bei 60 München ja auch wieder die Chance, im Profifußball anzuklopfen. Und ja, habe das dann auch so im Glauben angenommen. Bin nach München gegangen, habe dann dort noch ein paar Jahre auf gutem Niveau dann weitergespielt. 1860 wirklich die einzig wahre Münchner Mannschaft? Oder schläfst du in Münchner Bettwäsche? Also in Bayern Bettwäsche? Das ganz sicher nicht. Also man sagt ja immer, und das ist eine wichtige Lektion, München ist blau. Und es ist tatsächlich so, dass in München selber es noch sehr, sehr viele 1860-Fans gibt. Das denkt man gar nicht. Bayern ist natürlich deutschlandweit und so ein viel, viel größerer Klub. Aber München selber, da ist 1860 schon noch eine große Nummer. Okay, ja. In München ging es dir dann besser als in Nürnberg? Ging es dann irgendwie so bergauf? Also rein von der Karriere her? Oder wie ging es dann da weiter? Ja, also ich würde sagen, in Nürnberg ging es ja auch schon gewissermaßen bergauf. Ja, dass ich überhaupt mal am Profifußball anklopfen durfte. Und natürlich dann kam dieser Rückschlag. Aber nichtsdestotrotz durfte ich dort auch schon wertvolle Schritte machen und Erfahrungen sammeln. Bei 60 München war es dann so, dass ich ein Jahr auch im Zweitligakader mit dabei sein durfte, dass ich bei den Profis regelmäßig trainiert habe, Kapitän von der Zweitmannschaft war und immer so ein bisschen gependelt habe zwischen Profis und zweiter Mannschaft. Ja, um da Spielpraxis auch zu bekommen. Und ich hatte dort eine sehr, sehr gute Zeit. Leider war es dann halt auch irgendwann so, dass ich mit Verletzungen konfrontiert wurde, dass ich irgendwann gemerkt habe, okay, auf dem Niveau ist es schwierig. Immer wieder, als ich kurz vor dem Durchbruch stand, kam dann wieder eine Verletzung, dann wieder zurückgekämpft, wieder eine Verletzung. Das war so ein Prozess, der über zwei Jahre ging. Nachdem ich am Anfang bei 60 eine sehr, sehr gute Zeit hatte, war das dann mehr und mehr, dass ich irgendwie immer wieder diese Verletzung hatte. Und das war neben dem Fehler bei Nürnberg eine neue schmerzhafte Erfahrung, weil diesmal die Umstände das Problem waren. Jetzt nicht irgendwie eigenes Versagen, wo man halt mal damit klarkommen muss und jetzt halt nicht gerade das liefert, was erfordert ist, sondern jetzt war es so, dass sich irgendwie die Umstände verändert haben. Ich habe alles getan durch Ärzte und was weiß ich, um da eine Lösung für zu finden, aber irgendwie habe ich es nicht in den Griff bekommen. Und da war es dann wirklich so, dass der Glaube auf den Prüfstand gestellt wurde, weil ich eben auch in diesem Zusammenhang dann leider mit Mitte 23 meine Karriere beenden musste, nach ungefähr zweieinhalb Jahren immer wieder hin und her mit Verletzungen. Und da bin ich dann schon sehr dankbar gewesen, dass ich eine gewisse Feste auch im Leben hatte, die mir da eine große Hilfe geworden ist. Wie ging es dann? Also Mitte 23, sagst du, was hast du dann gemacht, als dann klar war, diese Zeit ist vorbei, ist es wirklich jetzt Schluss? Hast du nach Hause gefahren, hast du Leute gehabt? Also wie bist du damit umgegangen in dem Moment? Also da geht ja ein großes Kapitel zu Ende und du hast ja gedacht, es geht noch eine Weile so weiter. Ja, ich habe erst mal sehr, sehr lange gebraucht, um irgendwie dann auch nur wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Ich bin sehr dankbar auch für ein Umfeld, für Freunde, meine Familie, die immer hinter mir stand und die da irgendwie auch eine Anlaufstelle war und natürlich auch für den Glauben, an dem ich mich irgendwie festhalten konnte, nichtsdestotrotz war ich erst mal natürlich sehr enttäuscht, mit viel Wut auch gefüllt, wo ich diese Fragen hatte, ja, warum kann ich jetzt noch nicht noch ein paar Jahre Fußball spielen, auch Gott gegenüber, wo ich das einfach nicht verstanden habe. Ja, die Freunde, die haben alle mittlerweile einen guten Job gehabt, haben studiert und ich konnte jetzt die eine Sache, für die ich immer gelebt habe, für die ich alles gegeben habe, konnte ich jetzt nicht mehr machen und das Ding bricht auf einmal weg. Und natürlich, dann bist du erst mal aufgeschmissen. Wenn du merkst, okay, das, wofür ich bisher immer so alles gegeben habe, worüber ich mich identifiziert habe, was irgendwie meine Identität ausgemacht hat, wo ich so viel auch Anerkennung ausgezogen habe und was irgendwie mein Leben war, das ist jetzt nicht mehr da. Und das war keine leichte Erfahrung. Und da haben sich dann eben auch diese Fragen neu gestellt, okay, wofür lebst du eigentlich? Wofür lohnt es sich zu leben? Ja, wenn das, was dir das Wichtigste ist, plötzlich wegbricht, was ist eigentlich ein festes Fundament im Leben? Da bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich erfahren habe, dass der Glaube an Jesus wirklich auch ein festes Fundament ist, das auch in schweren Phasen einfach durchträgt. Ja, und auch wenn Himmel und Erde vergehen, was für immer irgendwie bleiben wird und was nicht vergehen wird, was Jesus mir anbietet. Das war ein großer Halt und auch dieses Wissen, dass dann Gott ist, der mein Leben in seiner Hand hat, der auch die Umstände kontrolliert, selbst über mein Verstehen hinaus. Und ich habe nicht gewusst, wozu das gut ist. Ich will es auch nicht schönreden, das war auch mit viel Frust verbunden, und hat auch ein paar Jahre gedauert, bis ich das dann wirklich auch so akzeptieren konnte. Aber zum damaligen Zeitpunkt, ja, dieses Wissen, okay, es ist jetzt nicht einfach nur ein schlechter Zufall oder ein Schicksalsschlag, das hat mir dann schon auch geholfen und ich habe mich irgendwie auf Gott geworfen und ja, war natürlich ein bisschen wie ein Fähnchen im Wind, aber trotzdem habe ich irgendwie Hoffnung gehabt, dass Gott irgendwie mich durchträgt und mir hilft. Und das hat er dann letzten Endes ja auch gemacht. So, das war das eine große Thema, ja, wofür lohnt es sich dann noch zu leben? Das zweite große Thema war auch diese Frage nach dem Wert. Im Fußball hast du ja deinen Marktwert, ja, und wenn du nicht mehr Fußball spielst, ist dieser Marktwert weg. Es gab viele Zeitungen, die über mich geschrieben haben, was für ein Talent ich bin und jetzt auf einmal meldet sich keine Zeitung mehr, ja, die Gespräche außerhalb vom Fußballplatz werden kürzer, wenn du kein Profi mehr bist und dann später bin ich ja ans BSK, ja, Bibelstudienkolleg zum Studieren und da sind dann die Gespräche, je nachdem, wie ich es formuliert habe, wirklich kürzer geworden und da habe ich auch Unterschiede dann gemerkt und natürlich stellt man sich dann schon auch die Frage, ja, was ist jetzt mit meinem Wert? Und da dann eben auch zu wissen, okay, ich habe in Jesus einen Wert, der unabhängig ist von dem, was ich leiste, unabhängig davon, ob ich Fußballer bin, ob ich gerade, ja, in der Champions League spiele oder in einer Profimannschaft oder ob ich eben Student bin oder sonst irgendwas mache. Das war für mich dann auch ein Thema, ja, mit dem ich mich viel beschäftigt habe und was mir irgendwie geholfen hat, dann in Gott auch da Ruhe zu finden. Und ein Thema, mit dem du gerade sehr viel unterwegs bist, gerade in der jungen Generation, dazu werden wir nachher noch ein bisschen was hören. Genau. Du hast es kurz aufgegriffen, BSK, Bibelstudienkolleg in Ostfildern, das ist das Haus, wo ich dich kennengelernt habe, auch im Studium. Genau. Und mich würde es total interessieren, wie kam der Weg jetzt in das Theologiestudium an die Bibelschule und dann auch noch nach Ostfildern, obwohl es jetzt hier in der Nähe ist, wo du herkommst, aber wie kam es dazu? Ja, ich wusste ja erst mal überhaupt gar nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Und ich stand dann da und habe so gedacht, okay, der Glaube ist mir wichtig, ich wollte eigentlich schon immer während meiner Karriere das vertiefen, weil ich Fragen über die Bibel und so hatte, aber konnte es oft nicht tun wegen dem Profisport, weil das nicht möglich war, irgendwo in Präsenzzeit hinzugehen oder da ein verbindliches Studium anzugehen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, ich weiß eh nicht, was ich machen soll, aber die Liebe zu Jesus, die war irgendwie immer noch da, auch wenn der ein oder andere Frust auch damit verbunden war, aber ich habe so gedacht, okay, ich gehe jetzt einfach mal an eine Bibelschule. Und zwar bin ich über einen Freund, der damals bei Bayern in der Jugend gespielt hat, der sich auch in der Zeit bekehrt hat. Wir waren oft zusammen in so Sportlergottesdiensten bei verschiedenen Spielern wie Rafinha und so bei Bayern damals und haben uns da kennengelernt, haben dann auch ein Jahr zusammen in einer WG gewohnt und er hat irgendwie Kontakt zum BSK bekommen und hat dann dort ein Fernstudium angefangen und mir erzählt, dass man da ganz flexibel studieren kann und so. Und ich habe mir dann nach meinem Karriereende gedacht, weil ich eh nicht wusste, was ich jetzt machen soll, ich schaue mir das einfach mal an. Und dann bin ich dort hingegangen und habe gehofft, dass ich in dem Jahr, was ich mal zugesagt habe, so ein bisschen Wegweisung bekomme, wie es dann mit meinem Leben auch weitergehen soll. Und Gott hat dann ziemlich klar auch und schnell auch gesprochen, weil das schon beim ersten Seminar oder beim zweiten Seminar so war, dass wirklich, ja, die Bibel mich sozusagen vom Hocker gehauen hat durch das, was ich da gehört habe. Und so sind dann da recht schnell drei Jahre draus geworden, ein Bachelorabschluss sozusagen. Und genau, das war so mein Weg zum BSK. Ja, sehr stark. Das war der erste Teil unserer ersten Folge von Kurzweilig mit Manu Böhler. Im zweiten Teil unseres Gesprächs reden wir dann über ein entscheidendes Berufungserlebnis in Manus Leben, seinen Auslandsreisen mit bewegenden Glaubenserfahrungen und über einen lebendigen Gott, der alles vorbereitet. Ihr seid bei Teil 2 dann hoffentlich wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr Feedback zu unserer Podcastarbeit habt, dann schreibt mir doch gerne eine Mail an shammerleger at christusbund.de Bis bald hier auf dem Christusbund Podcast und alles Gute. mit bis bald hier bis bald hier bei Teil 2 5